Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Parameter an Funktionen zu übergeben. Je nachdem, wie man die Übergabe an eine Funktion implementiert, spricht man von einem Wertparameter oder einem Referenzparameter. Gebräuchlicher sind aber die Bezeichnungen Call by Value und Call by Reference, die also angeben, ob nur der Wert eines Parameters übergeben werden soll oder ob die Adresse des Parameters übergeben werden soll. Ich zeige in diesem Video an sehr einfachen Beispielen die Unterschiede zwischen diesen beiden Möglichkeiten und zu welchem Zweck man diese einsetzt. Als erstes erstelle ich zunächst einmal eine Integer-Variable und gebe von dieser Variable Adresse und Wert aus. Als nächstes schreibe ich zwei Funktionen, die in der Deklaration ziemlich ähnlich sind, mit dem Unterschied, dass die eine Funktion als Parameter einen Integer-Wert bekommt und die andere Funktion als Parameter einen Pointer auf einen Integer. In der ersten Funktion, F-Call by Value, gebe ich also zunächst einmal die Adresse des Parameters Param aus und erhöhe dann den Wert von Param um 1. In der zweiten Funktion, F-Call by Reference, sieht das ziemlich ähnlich so aus. Ich gebe also zunächst einmal wieder die Adresse aus. Da ich aber hier einen Pointer übergeben bekomme, muss ich hier nicht den Adressoperator verwenden, sondern nutze einfach den Namen, um auf die Adresse zuzugreifen. Und bei der Inkrementierung nutze ich den Dereferenzierungsoperator, um dann den Wert um 1 zu erhöhen. Die Auswirkungen dieser Funktion untersuche ich jetzt, indem ich in der Main-Funktion die Variable iLocalVar jeweils an diese beiden Funktionen übergebe. Einmal als Wertparameter, nämlich in der Funktion F-Call by Value und einmal als Referenzparameter in der Funktion F-Call by Reference. Und hier sehen wir die Ausgaben des Programms. Zunächst einmal sehen wir hier, dass die Variable iLocalVar an der Adresse 004FF748 angelegt wurde. Und nach der Initialisierung hat diese Variable den Wert 12. Dann rufen wir die Funktion F-Call by Value auf und geben hier zunächst einmal die Adresse des Parameters aus. Und was wir hier schon feststellen ist, dass die Adresse des Parameters abweicht von der Adresse, unter der die Variable iLocalVar gespeichert ist. Wir inkrementieren hier zwar einen Wert, allerdings sehen wir hier, dass der Wert von iLocalVar auch nach dem Aufruf der Funktion F-Call by Value unverändert ist. Ist also nach wie vor 12. Dann rufen wir die Funktion F-Call by Reference auf und geben da auch wieder die Adresse des übergebenen Parameters aus. Und hier sehen wir jetzt, dass die Adresse übereinstimmt mit der Adresse von iLocalVar. Wir greifen hier also tatsächlich auf die Variable zu, die wir in der Main-Funktion zunächst einmal angelegt haben. Und dann erhöhen wir ja auch da wieder über den Dereferenzierungsoperator den Wert der Variablen. Und wenn wir dann anschließend in der Main-Funktion den Wert von iLocalVar wieder ausgeben, dann sehen wir hier, dass diese jetzt den Wert 13 hat. Um zu verstehen, was hier passiert, erkläre ich das nochmal an einem schematisch dargestellten Speicher. Als erstes wird hier die Integer-Variable iLocalVar angelegt, dafür also Speicherplatz reserviert. Und in diesem Speicherbereich wird der Wert 12 geschrieben. Dann wird die Funktion F-Call by Value aufgerufen. Und bei diesem Funktionsaufruf wird eine neue lokale Variable Param angelegt. Das ist also eine Variable, die nur in der Funktion F-Call by Value bekannt ist. Auch für diese Variable wird Speicherbereich reserviert. Und in diese Variable wird jetzt der Wert 12 geschrieben. Und das ist eine Kopie des Wertes der Variablen iLocalVar. Dann wird dieser Wert um 1 inkrementiert. Dabei ändert sich also der Wert der in der Funktion F-Call by Value lokalen Variable Param. Der Wert der Variablen iLocalVar in der Main-Funktion bleibt davon aber unbeeinflusst. Danach wird die Funktion F-Call by Value beendet. Und damit werden auch alle lokalen Variablen darin gelöscht. Das heißt, der Speicherbereich, der für diese Variablen reserviert wurde, wird wieder freigegeben und steht damit im Programm nicht mehr zur Verfügung. Wenn wir danach die Variable iLocalVar ausgeben, greifen wir auf den Speicherbereich zu, den wir also in der Funktion F-Call by Value überhaupt nicht verändert haben. Und damit ist auch klar, dass dann hier die 12 ausgegeben wird. Danach rufen wir die Funktion F-Call by Reference auf. Und beim Aufruf dieser Funktion wird ebenfalls wieder eine lokale Variable angelegt. Diese ist jetzt aber vom Typ Pointer auf Integer. Und die bekommt die Adresse der Variablen iLocalVar übergeben. Innerhalb dieser Funktion wird dann über den Dereferenzierungsoperator auf die Originalvariable iLocalVar zugegriffen. Und diese um den Wert 1 inkrementiert. Anschließend wird die Funktion F-Call by Reference auch wieder beendet. Das heißt, die lokale Variable darin vom Datentyp Pointer auf Integer wird auch gelöscht und steht damit auch im gesamten Programm wieder nicht mehr zur Verfügung. Der Wert der Variablen iLocalVar wurde aber über diesen Zugriff verändert. Und dann ist auch wieder ersichtlich, dass wenn wir die Variable iLocalVar ausgeben, der Wert 13 dasteht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017